Ja siehste, bei ihr sprintet's den Berg runter oder so. Sie sprintet den Berg runter oder so. Fuckin' Joseph. Alter hat die noch nie Pantheon gespielt oder was? Ach so, ich dachte ich hab das dreimal. Dragon ist in 30 Sekunden, Dragon ist in 30 Sekunden. Ja. Ach so, gar nicht 25. Wart mal Dragon bitte. Ich komme schon runter. Ist er so von der Seite? Sandra wollte ich so. Okay, gut. Wart mal hier. Hier in Ward. Hier in Ward. Warte, warte, warte. Hier in Ward. Da in Ward. Die wollen Drachen machen. Ja. Wie viel macht die mir mehr Damage jetzt nicht? Was soll denn? Oh lass 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 lass. Okay. Okay. Das wär' ich jetzt da noch loben. Wir müssen den Drachen unterbinden. Ja. Ich komme schon, aber ob ich so schnell bin. Lass mal jetzt Leon am Grey's holen. Ich schmeiß dich rein der Dumme. Mhm. Mach jetzt los. Ja boah. Sehr schön. Geht da Jungs. Ich kann da nicht viel machen. Ja, das wär' ich dann mit den Tanks noch. Definitiv. Geht doch. So, ich geh mal Backout holen. Nee, warte. Die Minion dann hol ich mir noch. Sehr schön Aktivkampf, muss ich sagen. Obwohl, richtig Aktivkampf. War das ja nicht. Das sieht. Hab ich jetzt einen Support mehr? Na ja, ich hab vielleicht zwei. Meine Fresse. Schlau. Aber ich war auch Glück, dass die nur zu viel sind. Die sind ja auch kein Juggler, ja. Das ist eigentlich schon doof. Ist der AFK? Ja, wahr. Ja, also. Wenn er noch nicht gesichtet wurde. Aber jetzt hätte ich auch eine AFK-Farm machen. Ach. Nee, nee. So AFK-Farm geht nicht. Den hätte schon jemand gesehen. Man, diese scheiß Erkältung, ey. So, ich hab die nur nachts, ja. Nur nachts hab ich die. Als wenn mich mein Körper sagt, nee. Herr Yago, sie dürfen nicht schlafen. Das ist Herr Yago. Genau Herr Yago. Kein. Der Bruder von Daisy mit der Lanze. Kein, das ist nichts. Oh, Iredia. Wieder richtiger Tryharderin. Oh, Iredia. Wieder richtiger Tryharderin. Komm, lass mal Red machen gehen. Lass sie mal ein bisschen pushen. Lass sie mal ein bisschen push-push machen. Push-push? Push-push. Und dann komm von der Seite. Komm, dann kann ich ganken, komm. Und dann schmeiß ich dich da rein. Warte, bis ich da bin. So. Ljona hat da ein push-push geboardet. Ja, dann kannst du's ja hier nicht sehen. Und Attacke. Das wird doch nicht. Boah, der Damage. Ist doch nicht normal. Hau ihn weg, Alter. Ach ne, ist er nur. Alter, das ist doch... Ist doch normal. Warum hat der so n... Naja. Bei dem Farm? Wie bei dem Farm? Wie Farm hat der denn? Der hat ja nicht großartig. Der hat nur mehr Kills als ich, ja. Alter. Jetzt kommt die Räder wieder. Der geht mir richtig auf den Sack, ey. Beckerails. Dein Sack, ey. Ach, Arsch, denn nee. Außerdem weiß die Gegner in die Räder wie man verteidigt. Mann, 0-4, was ist denn das? Ey, ist nicht mein Game. ich liebe es ich bin on the way ich will ergänze ich Solo Jungle oder so als wenn wir das noch hinkriegen und die gehen dann nur auf mich warum gibt die denn da schon wieder im Kampf ey wir hatten zwei Kills auf den definitiv zwei Kills hätte ich kriegen können siehst du drei sogar ey mein erster Kill komm weg ich hätte ja auch Grace spielen können aber den spielt ja zurzeit jeder da hab ich echt keinen Bock drauf ich kann es da auch viel mehr von wow ich war jetzt höre ich das war ich nicht ich setz nie den Geist, wenn ich eigentlich musst du dich machen oh meiner ne sicher nicht ah kappa du Arschloch lalalala hab ich dir doch gesagt, dass ich deine lala du bist ein Arschloch ich teile dich gerne du bist ein Arschloch dir gehört Retteprieg hätten hallo ist dein Arschloch lalalalalala das müssen wir nicht besingen flogen danke so jetzt geh ich mir Klinge der Unendlichkeit holen das ist dein Infinity-East Infinity-East wow hast du schon wieder Ulti hier lang geflogen so und jetzt geh ich aufs wow tot ist die Lassandra das ist dein Graves fett das läuft nicht da können wir echt nicht rein rein das ist dein Graves wie Leonard denkt wie Leonard denkt wir sehen sie nicht wa guck mal ahhhhhhh lalalala Lars wollen wir wirklich da wieder rein weißt du doch wie's Lars du bist tot Nein, bin ich nicht. Weck da, die kommen die anderen. Psychi... Ah, Scheiß, war das Sandstück. Hat mich gerade gewundert, warum ich mir eine Ulti nicht machen konnte. Der Graves geht mir so auf die Eier, ey. Mir gefällt dieser Puttin auf die Eier, wie der Scheiß-Stunt immer. Ja. Ja. Den haben wir ja schön gefeedert. Ja. Wie fällt ihr hier vier gegen den Flug? Das ist richtig peinlich. Ach. Die gehen als Drachen machen? Ja. Denk ich mal, ja. Wie gesagt, der erste und der letzte Drache buff ist wichtig, der Rest ist YOLO. Die sind natürlich unsichtig, wenn sie 50% mehr Damage an den Towern machen. So wichtig ist das jetzt nicht. Nicht wichtiger als wenn die 6% mehr Fähigkeit, Stärke und Eingriffsschaden kriegen oder verdoppeln die anderen Boni. Wir müssen versuchen irgendwie Grace wegzuklatschen. Na ja, bloß nicht Grace. Ich meine, der Panther steht ja auch. Ich geh jetzt hier ein bisschen fahren. Nicht wenig. Ich bin ja auch schon 8-3. Und Bord spielt. Achso, YOLO ist ja schon da oben. Ja, lebe. Ich denke, der braucht mal fahren. Nach den Fee-Kids. So. Richtige Bulettenrunde, wie David sagen würde. Was? Bulettenrunde? Ja. Die spielen 4 gegen 5 und kriegen 4 auf die Fresse, weil... Oho, jetzt sind sie etwa... Sie denken, die könnten sich wieder top verstecken. Weil alle Lanes gefeedet haben. Ja, die sind so scheiße, jetzt habe ich keine Chance mehr. Ja, die sind so scheiße, jetzt habe ich keine Chance mehr. So, Kind kriegt jetzt noch seine... Hört sich auch scheiße an. Kriegt die? das hat sich wirklich scheiße angehört das kind kriegt jetzt eine gnadenzigarette weil ich noch einen raum hier aber dann ist es so etwas das aufmerksam ist auch immer so und jetzt sturm er der nächste woher er und hätte ich noch was reißen können sagt er ja den Nee. Nee. Also ich finde nichts mehr so greifen könnte, wenn 4 sterben auf unserer Seite und dann einer auf der anderen Seite. Tja, das funktioniert leider nur bei Hots, Leute. Ja. Da kannst du so eine Kacke abziehen wie Marc, der dann einfach mal so hintenrum reingeht und schön backdoort, Alter, und es auch noch abreißt alles. Das sind ja überhaupt keine Kunst. Also irgendwie bin ich gestorben, ich will es mal so anmerken. Aber ich konnte halt den Tower nicht verteidigen. Aber so richtig vorankommen tust du auch nicht. Nö. Ja Graves ist halt, Graves ist zur Zeit halt eine Macht, kannst du machen was du willst. Der hat mich, Leona hat mich einmal gestunt und dann war ich weggeplatzt. Ja, also. Ja. Zwei, drei Mal. Ich kann keine Chance gehen gehabt, wirklich. Da konnte ich, hätte ich machen können was ich wollte, ja. Ich konnte nicht mehr reagieren, da war ich tot, hä? Die Chargen sind immer alle. Aber wir geben nicht auf. Never surrender. Richtig. Siehe unser zweites Let's Play, ne? Langsam kriege ich Items mit Kalister, dann... Warum blocken wir jetzt von selbst bei den Kram? Ja, die kann man wahrscheinlich auch noch für den Vögel mitgeklauen. Natürlich. Ja, damit ihr keine anderen Probleme habt. Alter... hat wohl dich hochsingiert Daisy, steck dir deine Lanzo woanders ins Mal hin bei mir nicht mehr ich bin voll schul und was bei dir eine Neuheit er hat keine Ahnung wo mir alle nicht so geil findet ich glaub ja wohl nicht du bist fremdschämen du findest... Dante du findest alles geil was bei mir wow du würdest sogar den Jet ficken ich steh nicht so auf Kackstätzen ich weiß gar nicht wo ich hin sage ich stehe so zu beschützen und sterbe deswegen du sollst damit auf sein ich lass dich alle einfach nur gruppieren smegal 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 nö 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 denn ich würde er genau so drauf gehen zwei HWP bei der Werke so jetzt reicht es der Wittspiel gar nicht mehr über